Du bist auf der Suche nach einem Jagdgewehr, benötigst aber eine Waffe mit Linkssystem und passendem Schaft? Auf unser Video Jungjäger Erstausrüstung haben uns zahlreiche Kommentare und auch Nachrichten über die sozialen Medien erreicht, welche Waffen es für Linksschützen gibt und was beim Kauf zu beachten ist. Dazu bin ich heute mit dem Büchsenmacher, Jäger und Sportschützen Andreas Weber in der Jagdscheune in Wittelsberg bei Marburg verabredet. In diesem Video erfährst du, wie du für dich die optimale Jagdwaffe mit Linkssystemen findest, welche Hersteller Linkssysteme gegebenenfalls auch gegen Aufpreis anbieten und auf was du als Linksschütze noch achten solltest. Hallo, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge des Jungjäger 1x1. Mein Name ist Markus und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Neben mir steht Andreas Weber, Inhaber der Jagdscheune in Wittelsberg bei Marburg. Hallo Markus. Heute sprechen wir über Linkswaffen. Lieber Andreas, du bist selbst Linksschütze. Was hast du heute für uns vorbereitet? Ich habe von verschiedenen Herstellern Linkswaffen im Programm und die werde ich euch heute mal zeigen. Ein Hinweis noch vorab. Wir zeigen in diesem Video verschiedene Jagdwaffen und Zubehörteile, die Andreas Weber exemplarisch und zu Anschauungszwecken für uns vorbereitet hat. Wir haben dafür weder Sponsoring noch Werbegelder erhalten, noch haben die gezeigten Hersteller Einfluss auf die Gestaltung dieses Videos genommen. Aus rechtlichen Gründen müssen wir diesen Beitrag jedoch als Werbung kennzeichnen. Bitte beachte außerdem, dass für alle Jagdwaffen und Waffenteile eine Erwerbsberechtigung benötigt wird. Selbstverständlich können wir hier nur einen kleinen Auszug des Marktangebotes an Neuwaffen zeigen. Dieser Beitrag erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreibe uns gerne deine Fragen unten in die Kommentare oder wende dich auch an den Büchsenmacher deines Vertrauens. Insbesondere auch dann, wenn es um die Anschaffung von Gebrauchtwaffen geht. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Aktiviere auch die kleine Glocke direkt neben dem Button Abonnieren. Dann wirst du immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online ist. Laut offiziellen Statistiken gibt es weltweit ca. 10-15% Linkshänder. Von der Schere über Schreibblöcke bis zum Kartoffelschäler gibt es viele Alltagsgegenstände auch in einer Links-Sender-Variante. Das Angebot von Jagdwaffen für Linksschützen scheint für mich eher überschaubar zu sein. Bei der Suche in großen Online-Shops blieben von ein paar hundert angebotenen Jagdwaffen nur eine gute Handvoll mit Links-System übrig, wenn der entsprechende Suchfilter im Online-Shop gesetzt wurde. Woran liegt das und wie viele Anfragen hast du bezüglich Linkswaffen bei dir hier im Geschäft? Ich bin ja persönlich Ausbilder bei einer Jägervereinigung für die Jungjäger-Ausbildung und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass bei jedem Kurs Jungjägerinnen und Jungjäger ein bis zwei, manchmal drei Linksschützen dabei sind. Und die Hersteller haben natürlich von vornherein kein riesengroßes Interesse, Linkswaffen in großer Stückzahl aufzulegen, weil natürlich der Anteil der Linksschützen nicht so groß ist wie der der Rechtsschützen. Ich bin mal gespannt, was du uns jetzt gleich hier zeigen wirst. Ich verschwinde jetzt gleich hinter der Kamera und dann zeige ich euch, wir zeigen euch zusammen, welche Modelle der Andreas Weber für euch vorbereitet hat. Wie gesagt, es handelt sich dabei um eine exemplarische Auswahl, die wir hier zusammengestellt haben und dieses Angebot erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bis gleich! Es gibt Linkssysteme, natürlich aus diesem Grund, weil ein Linksschütze, sprich Linkshänder, natürlich auch, so wie ich das jetzt hier demonstriere, mit seiner linken Hand repetieren soll und dann auch kann mit diesem Linkssystem, um einfach genauso schnell in einer jagdlichen Situation zu sein wie der Rechtsschütze. Welche Waffensysteme gibt es denn für Linkshänder? Also es gibt ganz normale Repetierbüchsen, so wie ich das jetzt hier in der Hand halte. Und dann gibt es natürlich auch Gradezugssysteme, um dem Linksschützen auch entsprechende Schnelligkeit möglich zu machen. Eine Büchse wie diese, die ich hier in der Hand halte, das ist ein Modell als Gradezugssystem von der Firma Heim, das Modell SR30. Da brauche ich also keine Auf- und Abwärtsbewegung mehr zu machen, sondern nur den Verschluss gerade vor und zurück zu bewegen. Was hast du uns noch mitgebracht? Es gibt natürlich auch für Linksschützen, ich habe euch jetzt mal hier eine mitgebracht, die ist schon fertig montiert, das ist jetzt auch ein Gradezugssystem, aber auch für Linksschützen gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ein Lochschaft angebracht ist, dass es hier einen verstellbaren Schaftrücken gibt, um die Höhe des Schaftes anpassen zu können, falls ich die Optik tausche, das Zielwärter runternehme und ein Rotpunktvisier anbringen möchte. Das alles, genau wie es in der rechten Variante möglich ist, gibt es natürlich auch für Linksschützen. Und hier ist noch eine vierte Variante, das ist eine Repetierbüchse Modell SR21 der Firma Heim. Hier in einer gehobenen Ausstattung mit einer sehr schönen Schaftholzklasse, roter Schaftbacke, Sonnenschliff auf der Kammer und kanäliertem Lauf und ein Mündungsgewinde. Andreas, gibt es denn Waffen, die sowohl für Links- als auch für Rechtsschützen geeignet sind, also die quasi jemand in der Familie, wo es ein Linkshänder und ein Rechtshänder gibt, dass man diese Waffe gemeinsam nutzen kann? Ja, Markus, die gibt es und zwar zum einen von der Firma Blaser, also wenn man jetzt zum Beispiel eine R8 erwirbt mit einem neutralen Schaft, dann kann man durch Wechseln der Verschlusskammer sowohl einen linken Verschluss als auch einen rechten Verschluss nutzen und somit wäre die Waffe für zwei Personen in einem Haushalt, wenn es ein Linksschützer und ein Rechtsschützer ist, nutzbar. Das funktioniert. Aber man muss auf jeden Fall auf die Schaftform achten. Also der Schaft muss die Möglichkeit auch geben, auch von der Backe her und so weiter, dass du da vielleicht eine, kann man da auch eine höhenverstellbare Backe nutzen in so einem Fall? Da kann man, wenn es ein neutraler Schaft ist, auch eine höhenverstellbare Backe nutzen, natürlich. Also Schaftrücken höhenverstellbar. Aber was ganz wichtig ist, der Schaft sollte auf jeden Fall vom Pistolengriff her neutral sein und dann nur die Möglichkeit haben, in der Höhe, so wie wir es hier jetzt bei dieser Variante sehen, die Höhenverstellung haben auf dem Schaftrücken. Das ist ja insbesondere ein Thema, was bei den Bewegungsjagden zum Tragen kommt. Vom Ansitz ist das ja gar nicht mal so dramatisch, was jetzt den Schaft anbelangt. Wenn ich auf dem Ansitz bin, dann kann ich mich mit fast jeder Schaftform arrangieren. Bei Bewegungsjagden ist es wichtig, dass ich genau durch das Rotpunktvisier oder das Flüchtigzielfernrohr schauen kann. Und somit ist diese Möglichkeit der Schaftrückenerhöhung sehr schön, wenn man das große Ansitzzielfernrohr entnimmt und macht dann eben einen Rotpunkt oder einen Flüchtigzielfernrohr drauf. Welche Hersteller bieten denn nach deiner Kenntnis Linkssysteme an und welche davon sind gegen Aufpreis erhältlich? Also die Firma Rössler, das ist hier die Waffe zu meiner Linken, die bieten Linkssysteme ohne Mehrpreis an. Die Firma Tika bietet Linkssysteme ohne Mehrpreis an. Alle anderen Hersteller bieten Linkssysteme an, aber gegen einen Mehrpreis je nach Modellvariante zwischen 300 und 400 Euro. Dann schauen wir uns doch am besten jetzt mal die Waffen, die du uns mitgebracht hast, nochmal im Detail an. Also wir beginnen hier zu meiner Linken mit einer Repetierbüchse der Firma Rössler, das Modell Titan. Hier natürlich, Thema des Tages, in Linksausführung mit einem ganz klassischen Repetiersystem mit sechs Verriegelungswarzen und einer Dreistellungssicherung auf dem Kolbenhals, so wie man es aus der Jungjägerausbildung her kennt. Also Dreistellungssicherung heißt entsichert, teilgesichert, ganz gesichert und im gänzlich gesicherten Zustand dann auch mit der Kammersperre im teilgesicherten Modus dann zu öffnen zum Entladen bei der Jagd. Diese Waffe ist ausgestattet mit einem Kunststoffschaft und einem Metallmagazin, gleich mit vorgesehenen Montagebohrungen auf der Systemhülse. Diese Waffe ist im Einstiegssegment und liegt bei 1470 Euro. Dann kommen wir zur nächsten Modellvariante. Hier handelt es sich um einen Geradezugrepetierer der Firma Heim aus Gleichamberg in der Rhön. Diese Waffe besitzt ein Geradezugsystem, was ich also einfach nur durch die Bewegung nach vorne und nach hinten repetieren kann. Und wenn ich eine Patrone ins Patronenlager repetiert habe, durch die Bewegung des Kammersdängels in die vordere Position ist die Waffe gespannt und somit kann der Schuss ausgelöst werden. Wenn ich nicht schießen will, nehme ich einfach den Kammersdängel wieder zurück und dann kann die Waffe fertig geladen und entspannt auf dem Hochsitz verweilen. Diese Waffe besitzt einen Holzschaft, auch vorgesehene Montagebohrungen für den Aufbau einer Montage auf dem System, einen wunderschönen schlanken Lauf mit 15 mm Außendurchmesser und einem Metallmagazin. Diese Waffe liegt bei 2700 Euro in dieser Ausführung. Und alle Waffen natürlich, die jetzt hier auf dem Tresen liegen, sind ausgestattet mit einem trocken stehenden Flintenabzug. Das dritte Modell, was hier liegt, das ist jetzt eine modifizierte Geradezugbüchse, auch das Modell SR30, fertig montiert mit einem Zielfernrohr und einem Lochschaft der Firma Stockhorn aus Ungarn mit einer Schaftrückenerhöhungsmöglichkeit, einem dünnen Lauf, der reduziert wurde in der Länge auf 47 cm und dann fertig montiert mit einem Schalldämpfer, um eben den Rückstoß zu minimieren und präzise schießen zu können. Das vierte Modell ist eine klassische Repetierbüchse, Modell SR21 der Firma Heim mit Sonnenschliff auf der Kammer. Das führt dazu, dass dieses System sehr, sehr, sehr geschmeidig läuft und leicht läuft. Bei dieser Büchse haben wir auch eine exzellente Holzklasse, eine rote Schaftbacke, einen kanälierten Lauf, um noch Gewicht zu sparen, Rosenholzabschluss im vorderen Schaftbereich, sehr schlank ausgearbeiteter Vorderschaft, natürlich auch ein Stahlmagazin, wie es die Firma Heim in all ihren Büchsen verbaut. Diese Waffe in dieser Ausführung liegt bei 6.700 Euro. Ist was für Kenner und für Menschen, die an Qualität Spaß haben. Was ist das für die Kälte? 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 Ich habe dieses Modell für mich konzipiert, zusammengestellt mit diesem Lochschaf, das ist meine Ansitzwaffe, mit einem Ansitzglas, hier ein 2-16x50 von Swarovski und der Möglichkeit, den Schaftrücken zu verstellen. Ganz wichtig hierbei ist, diese Schaftrückenverstellung, wenn ich in den Anschlag gehe, dass ich wirklich die Wange am Schaft habe und dann gerade durchs Zielfernrohr schauen kann, um keine Schatten im Zielfernrohr zu haben und ein volles Bild zu haben. Und wenn dann die Drückjagd-Saison naht, dann gehe ich einfach her, nehme das Zielfernrohr ab. Das geht hier bei dieser Art Montage ganz einfach. Zwei Hebel öffnen, Zielfernrohr abnehmen und dann kann ich natürlich auf diese Grundbasis einen Rotpunkt setzen oder ein Flüchtigzielfernrohr, gehe dann her und erhöhe hier die Schaftrückenauflage und schon bin ich auch bei einer flachen, offenen Visierung einem Rotpunkt sofort wieder in der Lage, ordentlich anzuschlagen und natürlich dann den Repetiervorgang mit meiner linken Hand schnell und sicher auszuführen. Du hast uns jetzt vier Repetierbüchsen gezeigt. Welche Auswahl gibt es denn für Linksschützen bei kombinierten Waffen oder auch bei Flinten? Also grundsätzlich gibt es bei kombinierten Waffen immer die Möglichkeit, den Hinterschaft an die Linksvariante anzupassen. Das heißt, die Backe kommt auf die rechte Seite des Schaftes, die Schränkung wird geändert und schon kann man eine kombinierte Waffe auch als Linkswaffe ausführen. Das bieten die renommierten Hersteller wie Merkel, Grickhoff, Blaser an, aber gegen einen erheblichen Mehrpreis, weil ja der komplette Hinterschaft anders ist. Bei den Flinten ist es etwas einfacher. Da gibt es natürlich auch von jedem Hersteller Links-Ausführungen. Auch bei einer Flinte wird im Grunde nur der Hinterschaft getauscht. Das System bleibt gleich. Ich habe euch mitgebracht hier ein Modell der Firma Brenner. Das Modell heißt BF-18. Das ist eine Flinte, die wird in der Türkei gefertigt mit einem Flankenverschluss, wie bei der Firma Beretta. Die bauen ja auch den Flankenverschluss. Also heißt, sehr verschleißarm und sehr stabil. Diese Flinte hier in der Linksausführung hat eine doppelt ventilierte Schiene. Das heißt, die beiden Läufe sind mit einer ventilierten Schiene verbunden und die Laufschiene oben ist auch ventiliert. Wir haben ein rotes Korn, wir haben einen vergoldeten Abzug, wir haben das Kaliber 1276 Magnum mit Stahlschrotbeschuss und der Möglichkeit, die Chokes an der Mündung noch zu tauschen. Diese Flinte ist in einem sehr attraktiven Preissegment für 999 Euro zu haben. Dann kommen wir jetzt noch auf die letzte Frage, die wir heute haben. Im Bereich Kurzwaffen, wie verhält es sich da? Gibt es speziell auch für Linksschützen Revolver oder auch Pistolen? Also die einzig mir bekannte Firma Adhoc ist die Firma Kott, die in Lolla fertig, die einen Links-Revolver speziell für Linkshänder im Programm hat, wo die Trommel nach rechts ausgeschwenkt wird. Bei einer Pistole spielt es keine große Rolle, da sollte der Nutzer nur darauf achten, dass er ein Modell erwirbt, was beidseitige Bedienelemente hat. Aber bei einem Revolver ist es für einen reinen Linkshänder, wenn die Trommel nach links auswirft, etwas schwierig. Und da kann man aber auf die Firma Kott ausweichen, die haben Links-Revolver im Programm. Auf was sollte man denn noch achten, jetzt insbesondere, was auch die Beratung anbelangt? Wenn man sich jetzt eine Linkswaffe kaufen will, an wen sollte man sich wenden? Ja, grundsätzlich ist es ja so, Beratung ist wichtig und bei uns im Geschäft gilt die Philosophie, die Ausrüstung, die man anschaffen möchte, muss grundsätzlich gefallen. Heißt im Klartext, man sollte Waffen in jedem Fall mal in der Hand gehalten haben, den Repetiervorgang selbst ausprobiert haben, um dann eine Entscheidung zu fällen. Ja, also in jedem Fall zum Fachhändler gehen, egal wo der sitzt in Deutschland und Waffen in die Hand nehmen und ausprobieren. Das ist meine Herzensangelegenheit, mein Rat, um zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn ich eine Linkswaffe in der Hand habe und repetiere die. Das ist ganz, ganz wichtig, um nachher auch für schnelle Jagdsituationen gewappnet zu sein. Gibt es denn noch einen anderen Tipp, den du jetzt hier für unsere Zuschauer hast? Gerade insbesondere als Linksschütze zum Beispiel auf dem Hochsitz, wie man sich dort einrichten kann. Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten, wo du sagen würdest, das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Naja, es ist ja so, das kommt jetzt immer so ein bisschen auf die Form des Hochsitzes an. Wenn ich auf einer schmalen Pirschleiter sitze, gibt es im Grunde keine Probleme. Ja, oftmals sind aber die Hochsitze nach den Wildwechseln ausgerichtet und das ist oftmals für Linksschützen nicht so ganz die Richtung. Das heißt, ich muss mir vorher, wenn ich so einen Hochsitz besteige, schon mal Gedanken machen, von wo könnte Wild anwechseln. Vielleicht steht da eine Salzlecke irgendwo, wo ich mich schon ausrichten kann. Ansonsten gibt es bei Kanzeln die Möglichkeit, sich natürlich in ein Brett als Armauflage noch mitzunehmen, wenn die Kanzel das von der Bauform hergibt. Im Grunde heißt es, bei solchen Angelegenheiten immer improvisieren. Das lässt sich nicht anders ausdrücken. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du uns heute hier so einen umfangreichen Einblick ermöglicht hast. Herzlichen Dank. Weidmannsheil und hoffentlich auf bald. Wir sehen uns ja bestimmt in einem der nächsten Filme wieder. Danke für eure Zeit. Immer wieder gerne. Ich hoffe, diese Tipps tragen dazu bei, dass du die für dich perfekt geeignete Jagdwaffe findest. Nun wünsche ich dir viel Erfolg und ein kräftiges Weidmannsheil. Wenn dir das Video gefallen hat, lasse mir einen Daumen hoch da. Abonniere auch den Kanal Jungjäger 1x1 und aktiviere die kleine Glocke, damit du immer informiert wirst, sobald ein neues Video von mir online ist. Schreibe mir auch gerne deine Fragen in die Kommentare oder besuche meine Homepage unter www.jungjäger1x1.de Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Auf bald, euer Markus. Ich freue mich, dass du einen Daumen hoch nach divorce schwer ist. Dinzu Lazarus